Ich finde immer noch, Cappy hätte man einen besseren Namen geben können. Also nicht. Habt ihr das gesehen? Schön, oder? Hutbärt oder sowas zum Beispiel. Nein! Warum? Warum? Oh Mann! Nicht lustig. Eigentlich ist es ganz einfach, aber es ist leider auch viel zu einfach, das einmal zu verkacken. Oh Gott, Alter. Alter. Worst fucking moon in the game. Kacke, 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 kacke. Oh. Alter, schade, dass man nicht sieht, was die anderen für Zeiten haben. Oh, das würde mich interessieren. Das war... Gut. Easy win. GG. Good game. Okay, auf dem Mund ist es schwerer draufzuladen, rechtzeitig. Okay, er ist unbesiegbar, aber ich bin drauf, hey. Auf dem Mund ist der generell auch einfacher, finde ich. Hier eine Seite zu treffen sind wir bestimmt schwer, weil man so langsam runterfällt. Nice, das ging gut. War das schon der Boss? Nice, das ging gut. Moment, habe ich gerade... Das war gerade schon der zweite Stern, oder? Ich habe nicht aufgepasst. Das war der zweite Stern, oder? Ich habe die Anzeige nicht gesehen. Ich kann das ja confirm. Und jetzt das erste Mal, wo ich das hier geschafft habe, habe ich aus Versehen meine Kamera gedreht und ich hatte die schrägste, bescheuerte Kamera ever. Dann habe ich es auf einmal geschafft. Oh! Oh! Nein. The last chance. Holy shit. Ich hab die nicht. Eins. Zwei. Oh, der Feuerbruder hat sich da vorgestellt. Er hat sich geopfert. Nein. 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 Wow, okay. Mich da nicht runtergefallen wäre interessant. Ja, 99 Punkte. Nein. Ich bin gegen die Wand geflogen. Oh, guck dir das an. Habe ich das echt nach ganz da hinten befördert? Wie hab ich das geschafft? So weit ist das nie im Leben geflogen. Wow, okay. Das wusste ich nicht. Nein. Schaf. Ah. Schaf sind voll. Wenn Schafe gegen Kakteen rennen, wir raufen die Amok. Captain Toad. Stell dir vor, du stehst da so auf dieser Säule. Und dann kommt der auch. Ich bin so ein Typ im Fisch-Outfit und schreibt Captain Toad. Hier fehlt mir tatsächlich. Ich muss eine Frucht fehlen lassen. Eine Frucht. Eine Animation hier dauert ungefähr so 8 Sekunden. Nur so einen Stern zu kriegen. Die gibt dir 61 Sterne. Das heißt, du sitzt hier 8 Minuten bei Toadette. Das ist schlimm. Ja, Checkpoint. Einer fehlt. Was ist das? Oh Mann, ich hab Käppi nicht so oft geworfen. Ich muss 5.000 Mal... Oh, really? Gibt's ne schnelle Methode, Käppi zu werfen? Okay, ich erklär's nochmal. Das ist... Da steht die blöde Toadette neben mir. Und verteilt Archivement Sterne. Monde, was auch immer. Und ein Archivement anscheinend ist, wirft Käppi 5.000 Mal. Und ich hab Käppi nur 4.600 Mal im ganzen Spiel geworfen. Und jetzt steh ich hier an der Wand und... Ja, ich noch nicht. Und jetzt steh ich hier an der Wand und wirf die letzten 500... Ich würd' sagen, das war Super Mario Odyssey. 100%. Hurra. Jetzt kommt das lange Ending. Jawoll. Das war's. Aus, vorbei. 100%. Go. Ende, Ende. Das war das Ende. Das war's. Look at all the fucks I give. 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 Vielen Dank.